sodala erst einmal vielen vielen lieben dank liebe maren für die nominierung ja ich mache bei der frauenversion mit es ist geschrieben worden lasst uns in dieser zeit gemeinsam einen trinken einen schnaps zur desinfektion ein radler sekt oder wein zu neutralisieren und zum schluss ein likörchen das ganze soll ich jetzt aufnehmen und dann innerhalb von 24 stunden an den nominierer und an drei weiteren weiterschicken ja ich habe lange überlegt ob ich überhaupt mitmach muss jetzt ehrlich zugeben man merkt dass ich den chat auf habe weil ich ja eigentlich so trinken auf zwang ist ja eigentlich nicht das richtige für mich habe mir aber dann entschieden dass die message das sein sollte dass ich die leute grüßen wollen die wo natürlich jetzt da genannt werden und ich habe mich einschlossen dass ich nicht nur eine person nennt sondern die leute wo dazu kehren und glaubt es mir schnappstrinker ich liebe euch leute also wir fangen an mit einem metaxa ich hasse ihn zum kochen ist zum saufen naja also ich bin ja kein schnappstrinker ich glaube das reicht schon oder einen scharfen schnapps für scharfe zeiten und damit grüße ich alle meine brodinen und nominieren tue ich natürlich jetzt nicht alle drei also angie lisa und yvonne sondern stellvertretend dafür dass du jetzt yvonne die die wo nominiert worden ist brust gesundheit ja ihr wisst was jetzt kommt geht auch das ich hasse das okay gut genau haben wir schon mal geschafft da ich kein biervergewaltiger bin gibt es bei mir auch 93ern und kein radler aber ich glaube das macht euch alle auch nichts aus das 93er das mehret ich auf alle meine queenies dringer also natürlich auf meine nürnberger volksfestköniginnen jetzt habe ich ja noch blöd eingeschenkt da noch so blöd kann ab was ich mich anstellen oder naja gott sei Dank war ich keine bierkönigin natürlich stellvertretend nicht nur meine ganzen volksfestköniginnen kolleginnen sondern auch alle anderen und weil ich natürlich ein weißbier trinke und weil es halt eine geile zeit mit dir war stellvertretend marianne unsere ehemalige herrenbrei weißbierkönigin brust ich muss absetzen es tut mir gleich weh im herzen dass man bier so runter schütten soll es war eine wunderschöne zeit mit den ganzen queenies und ich trinke gerne auf euch und ich trinke auch gerne öfters auf euch und ich freue mich schon auf das nächste folge ich hoffe dass ganz viele schausteller nicht in die pleite gehen und dass diese schausteller dann mit uns alle nochmal feiern können und dass wir dann eine schöne zeit haben ist das gut normalerweise sieht sie nicht so oft ab aber beim weißbier das bleibt ja so und ich möchte euch jetzt da nicht wir wollen ja ladylike bleiben na gut zu guter letzt steht drinnen ein Likörchen ich habe auch keine Liköre bei mir daheim ich hätte noch einen Baileys gehabt aber da wäre mir schlecht drauf wenn ich das jetzt auf mein gutes Bier trinke der einzige Likör den ich noch daheim habe das ist der da ein Mandellikör den habe ich eigentlich auch noch zum Backen daheim der grünende Abschluss mein Mandellikör den trinke ich natürlich auf meine Familie auf meine Eltern auf meine Schwägerin auf meinen Brüdern auf die ganze Familie und stellvertretend weil ich weiß dass meine Mama ist wenn man jetzt sicher kein so ein Video macht gibt es ja noch eine andere Familie meine Arbeitsfamilie und deswegen da habe ich stellvertretend für meine richtige Familie meine Arbeitsmutter die Petra nominieren Petra der ist aus Gesundheit und ich sage euch eins das mache ich nur weil ich euch so gern habe warum habe ich das Bier ausgedruckt das war jetzt so gut drauf ja das war meine Nominierung ich wünsche euch alle eine schöne Zeit bleibt bitte alle gesund und dann sehen wir uns hoffentlich bald auf dem nächsten Fest Servus also bei 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 bei